Motor TV 22, Atmund 2023 und er ist wieder dabei. Marco Maurer und Patrick Klutz mit dem Audi. Die Ringe dürfen nicht fehlen. Eure Audis, die ihr aufbaut und jetzt wieder das originale Rennauto von dir kommt wieder hier nach Atmund. Genau, also Gott sei Dank haben wir den Audi wieder zusammen mit freundlichen Kräften aufgebaut. Letztes Jahr waren wir auch da als Vorausauto mit dem Lancia, aber das seien nicht mehr. Wir brauchen unseren Audi Quattro dazu. Definitiv, Dietmar. Ja, Patrick, du hast ein Lächeln im Gesicht. Vor wenigen Monaten war das noch ganz anders. Ich kann mich da gut erinnern und jetzt steht er wieder da. Gewaltig, also das ist ja eine super Idee gewesen, dass wir die Comeback Rally 2023 auch in Atmund machen, weil es auch eine unserer Lieblingsrallye ist. Wir haben brutal viele Fans da, die Atmosphäre passt, die Sonderprüfungen sind super, das Wetter passt, heute zumindest. Und ja, voll cool und wir freuen uns voll. Ja, und wir von TV 22 freuen uns natürlich auch, dass das Tiroler Team wieder mit dabei ist bei den Austrie-Elegenz-Rallye hier in Atmund. Marco, was hast du dir vorgenommen? Du möchtest ganz vorne mit dabei sein, wie du kannst. Ja, mit Sicherheitshöfe, das sind wir da. Nein, im Ernst, wir müssen mal grundsätzlich schauen, ob alles funktioniert und ob wir wieder funktionieren. Wir sind jetzt über ein Jahr aus dem Auto heraus und sagen wir mal, das ist kein Honiglecken, einfach reinsteigen und losfahren. Wir müssen wieder harmonieren, das Auto muss funktionieren und kommt Step by Step. Ja, Step by Step und das war Step by Step. Wir haben ja riesengroße Probleme gehabt, wie ich gehört, und das Auto ist nicht gegangen vor drei Wochen, dann ist alles von vorne wieder losgegangen. Ja, also wir haben bei den ersten Tests, haben zuerst einmal erfolgreich ausgeschaut, super, und beim zweiten Test haben wir auf uns zwei Startschwierigkeiten gehabt. War im Prinzip eine Kleinigkeit, aber wir haben wieder suchen müssen, aber jetzt haben wir alles in den Griff, das passt. Alles in den Griff? Patrick, und gestern die Schrecksekunde? Ja, Katastrophe. Kleinigkeiten am Auto noch gemacht und dann muss blöderweise der Mark oder der Koffer am Neckler auf den Kopf fallen, dann noch schnell zum Doktor und am Kopf eine Platzwunde, nicht genäht, aber hat geklammert, Schrecksekunde, hätte nicht sein müssen, aber der Marker, glaube ich, kann einfach, ohne dem geht es nicht. Und das wird aber mit dem Stutzen kein Problem sein? Nein, also wenn wir jetzt einen Raufenpotsch am Plattfuß haben, der Reservereifen ist im Kofferraum und ohne Helm hole ich den nicht raus. Ja, Florian, Thomas, ihr zwei seid mit dabei gewesen beim Aufbauen des Autos und ihr macht die Technik vom Auto. Thomas, erzähl einmal über dieses Audi. Ja, man sieht ja, das Auto ist technisch wieder auf super Stand und ja, wir schauen, wir hoffen, dass es nicht allzu große Schäden sein, kann man nicht vermeiden, aber hauptsächlich, dass im anderen Alben eine gesunde Ausstellung von Auto. Unfall, denke ich, wird jetzt nicht so schnell wieder passieren durch technisches Gebrechen und ja, nein, braucht man schon gar nicht. Ist allem dabei, kann passieren, muss nicht passieren und technisch, denke ich, passt das Auto schon. Das werden wir schon hinkriegen. Und technisch müssen wir auch ein bisschen was fragen. Florian, über die technischen Daten wollen die Leute immer gerne was wissen. Wie viel Bauer hat er denn? Wir wissen selber nicht ganz, aber wir kratzen die 500, 2,5 Liter, 20 Fahrblock, 6-Gang-Getriebe, Sprühdifferenziale und wenig Gewicht. Und da geht das weiter? Sollte, ja, auf jeden Fall. Ja, und da geht das weiter. Und wir haben da unseren berühmtesten Moderator, Streckensprecher. Hachi, komm einmal her zu mir, unser lieber Freund, den, was ich nach 35 Jahren wieder einmal triff. Hachi, die Ringe sind wieder dabei. Herzlich willkommen einmal, Dietmar, dass ich dich nach 35 Jahren wieder erleben darf. Die Ära, die war mega, Affen, Ditten, obergeil. Ganz ehrlich gesagt, der Tiroler Alpenblitz glänzt wieder. Aber dich in dieser Figur zu erleben als Moderator, meinen Respekt an dich. Ja, du hast es angesprochen, jetzt aufs Thema zurückzukommen. Herr der Ringe, er ist der Herr der Ringe. Viele wissen die Geschichte und der Marco hat mir viel geholfen dabei. Wir hatten auch vor ihm, es gibt schöne und es gibt schlechte Zeiten. Wir haben einen Herrn der Ringe verloren. Aber zwei Jahre lang ist das Team unterwegs gewesen mit den Herren der Ringe. Und die waren hier beliebt, als würde er um die Ecke wohnen. Würde er um die Ecke wohnen. Und Dieter, ich muss ehrlich sagen, es ist was Besonderes. Ja, und wenn du mir das so erzählst, schau her, ich stelle die Ganslhaut auf, weil es ist wirklich so. Die Ganslhaut stehe ich auf an der Volvo. Jetzt kam er der 240er Turbo, mit dem du am Reichberg erfolgreich warst auf der Rundstrecke. Damals war Volvo Europameister mit Ulf Granberg und Johnny Giacotro. Es war wirklich eine tolle Ära und du hast damals als einziger Österreicher das bewegt. Auf den Spuren von Gerhard Berger unterwegs gewesen, Dietmar Brückel. So, aber jetzt der Herr der Ringe. Und auf solche Menschen kann man sich verlassen. Auch wenn es im Kfz-Bereich geht. Man fährt nicht immer sonst zu ihm hin, egal, wenn man hunderte von Kilometern entfernt ist. Aber Dietmar, das was du magst mit den Jungs, ich kann nur sagen, Herr der Ringe, spielfrei, fünftigste Auflage, Steiermark ruft und der Tiroler Alpenplatz wird wieder glänzen heute um 18 Uhr. Viel Spaß. Und was für eine tolle Vote sind das von Martin? Die Legende in der österreichischen Motorsport-Szene als moderater Streckenspecher. Absolutes Balsam für die Seele. Danke, danke. Ja, der Veranstalter der Admond Rallye 2023. Ja, Martin, bist du jetzt aufgeregt? Es geht in wenigen Minuten los hier bei der fünftigsten Auflage. Da ist man nicht mehr nervös. Nein, überhaupt nicht nervös. Also der Vater vielleicht nur noch 50 Jahre, aber ich bin da relativ entspannt. Ja, alles locker. Ja, über 110 tolle Fahrzeuge sind hier. Auf alle Fälle, ja. So viele verschiedene Marken, also bis zu 23 verschiedene Automarken, also kann man sich wirklich sehen lassen. Ja, und es freut uns natürlich, dass das immer so zahlreich angenommen wird, dass die Teams von weit her zu uns kommen. Es freut uns sehr als Familie und rund ums Arbeit im Admond, ja. Dann wünschen wir eine unfallfreie, fünftigste Auflage, viel Erfolg und eine Gratulation für dieses tolle Start der Vote. Vielen Dank, danke. 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 Danke.